Ihr guckt uns nicht so an. Wir schämen uns ja auch. Jedenfalls ein wenig. Trotzdem stehen wir auch zu ihnen. Zu unseren Guilty Pleasures. Manchmal sind Games eben nicht das, womit man seine Freunde beeindruckt, sondern eher deren Augenbrauen gen den Himmel steigen lässt. Willkommen zu unserer Liste der Schmach, für die wir uns schämen und gleichzeitig überhaupt nicht. Seid doch ehrlich, ihr habt auch eure Guilty Pleasures. Ganze Games oder bestimmte Features, Charaktere oder sogar einfach nur Spielmechaniken. Das kann genauso Button-Mashing mit Eddie in Tekken sein, wie auch... Es gibt Weggefährten, die wir lieben. Ellie in The Last of Us, Eleanor, Sam und Sully in Uncharted, Yuna in Ghost of Tsushima, Ciri, Yen, Triss und Ritter Spawn in The Witcher 3, NPCs, die mehr sind als Sidekicks und für die wir unsere letzten Hemden und Health Points geben würden. Und es gibt NPCs, die uns ziemlich auf den Sack gehen. Wenn uns Preston Garvey in Fallout 4 noch von einer Siedlung erzählt, die unsere Hilfe braucht, dann sind die Minutemen schneller automatisiert, als sie Nuklearfunktionen in Sanctuary sagen können. Ist doch völlig verständlich, wenn einem einsamen Wanderer in Wasteland mal der Geduldsfaden reißt. Oder nicht? Vielleicht ist es aber gar nicht nur Ungeduld. Wahrscheinlich eher eine Mischung aus Neugierde, Langeweile und vielleicht steckt auch ein kleiner Funken Großhaftigkeit drin. Aber eines unserer liebsten, uneingestandenen Privatvergnügen ist es, den nicht spielbaren Figuren in Games mal so richtig auf den Sack zu gehen. Wie du mir? So ich dir. Lydia! Wärst du mal so freundlich, darüber zu laufen? Und nun dort hin? Kennst du eigentlich das Spiel, der Weg war umsonst? Okay, alles ein bisschen fragwürdig vielleicht. Stolz sind wir nicht auf diese Experimente, aber das ist ja auch nicht das Thema des Videos. Spiele testen unsere Grenzen und wir testen eben zurück. Lego Games Lego Games sind so ein Ding für sich. Vermutlich haben wir alle schon mal eins gespielt. Egal ob Zauberer, Helden, Jedi-Ritter oder welche Franchises der Klotzenbauer noch lizenziert hat. Und schlecht war ja auch keines davon. Der Humor zieht einem immer mindestens einen Mundwinkel nach oben. Commissioner, jemand hat meine Donuts geklaut und die Uniformen... Aber auch das Gameplay hat in seiner Einfachheit etwas sehr Befriedigendes. Halt wie Lego-Bauen. Nur, dass man in den Lego-Spielen meistens alles zerstört, was die Programmierer da aufgebaut haben. Dafür tut es aber dann zum Glück nicht weh, auf die ganzen herumliegenden Achtecke des Schmerzes zu treten. Wir haben doch alle unsere Erfahrungen damit gemacht. Oder nicht? Was war euer Schlimmster auf einen Lego-Steintreten-Moment, hm? Schreibt's in die Kommentare. Auch wenn wir hier gerade das Thema in Lego-Fluch der Karibik-Manier umschiffen, die Lego Games sind und bleiben guilty pleasures. Selbst auf dem Schulhof bekommt man dafür nur sehr versteckte High-Fives. Spielen tun wir sie trotzdem gerne. Auch mit unseren Nichten, Neffen und, falls vielleicht im vorhanden, eigenem Nachwuchs. Hallo! Oh, sieh dir diese Faulbienen an. Sie hören nie auf zu tratschen. Wir lieben Videospiele für ihre Vielfalt. Dazu gehört im Besonderen, in andere Rollen schlüpfen zu können. Und genau davon sind Simulatoren die Essenz. Pilot, Landwirt, Ziege, Biene, Toastbrot. Okay, wir haben alle schnell gemerkt, in welche Richtung der Tank geht. Je absurder, desto besser. Maximaler Fun, minimaler Realismus. Minimaler Realismus, maximaler Fun. Aber genau hier beginnt der Guilty-Pleasure-Spaß. Natürlich macht es Bock, im Surgeon-Simulator komplett Riot zu gehen. Aber habt ihr schon mal einen Simulator ernsthaft gespielt? Also nichts mit Zeitbeschleunigen oder Autopilot. Alles wie im echten Leben. Wenn das Adrenalin bei der Frage steigt, ob ihr den letzten Ölwechsel vom Trecker vor 12 oder 13 Monaten gemacht habt. Hier geht es nicht mehr um Trophys oder Highscores. Hier regiert Michael Fassbender, der nach Perfektion fragt. Schwierig wird es aber, wenn die Buddies fragen, was man gerade so macht und man ernsthaft mit die Route 66 in Echtzeit fahren antwortet. Aber was sollen wir sagen? Die Holzlieferung fährt sich halt auch nicht von alleine. Es ist die größte anzunehmende Katastrophe. Der Kardinalfeder. Ein Fauxpas nuklearen Ausmaßes. Und wir müssen es beichten. Wir gehören zu den anonymen Campern. Und ja, es geht dabei ausdrücklich nicht um Zeltplätze oder Wohnwagensiedlungen. Und es geht auch nicht um die Perfektionierung und das Abfeiern von Kitsch à la John Woo, Nicolas Cage oder George Lucas. Dann sind wir doch mal ehrlich. Irgendwann erwischt es jeden. Spätestens nach dem 13. Spawnkill ist es vorbei mit Zen und der Zorn ist nicht mehr zu zügeln. Also werden wir wie Anakin Skywalker genau zu dem, was wir eigentlich vernichten wollten und zücken erzürnt den Ghillie Suit. Dann schnell eine gemütliche dunkle Ecke gesucht, das Präzisionsgewehr poliert und den Gegner mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Mit dem Bewegungsradius eines Braunkohlebuggers. Und in der Liebe und im Krieg ist schließlich alles erlaubt. Zumindest sind das alles dann die Ausreden. Unsere inneren Selbstschutzreflexe. Gegen die Schmach, jetzt wirklich zu den ganz niederen Gaming-Existenzformen abgestiegen zu sein. Ja, ganz im Ernst. Man muss sich nicht als Naruto, Sanji oder Jojo verkleiden oder wie die Kerle posen, um JRPGs zu mögen. Man muss aber erstmal durch eine sehr verquere und sehr kawaii Nebelwand stiefeln. So ehrlich müssen wir sein. Aber so wie man bei Souls Games nicht weiß, was hinter dem Nebel wartet, weiß man auch bei JRPGs nicht, was man verpasst. Wir mögen auf keinen Fall jedes Game, das in diese Kategorie fällt. Es gibt aber einige Perlen. Die offensichtlichste ist vermutlich Final Fantasy VII Remake. Grafisch macht der Neuauflage kaum ein anderes Spiel etwas vor. In Sachen Kämpfen und Abwechslungsreichtum der Kapitel ist es auch ganz oben dabei. Das ewige Three-Point-Landing und Charaktere, von denen man ein Zuckerschock nach dem anderen bekommt, weil alles so süß ist, muss man mögen. Oder mögen lernen. Aber nicht alle JRPGs in Final Fantasy. Persona hat nicht umsonst zig Teile, Spin-Offs und und und. Und vor allem kommt das Spiel ohne übertriebene Cuteness aus. Die Charaktere sind cool und abwechslungsreich. Die Synchro ist der Oberhammer. Und gerade die verschiedenen Teile von Tokio zu erkunden, macht mega Spaß. Trotz all dieser Pro-Punkte sind wir aber sehr vorsichtig geworden, wenn es darum geht, JRPGs zu empfehlen. Und dann hat uns die sprechende Katze per App in die Schattenwelt geschickt. Klingt im ersten Moment einfach nicht ganz so cool. Trotzdem lieben wir unsere kleinen und großen Kulturexkurser. Wenn auch heimlich. Gerade haben wir noch von unserem riesigen Stapel voller Games erzählt, die nur an oder ganz ungespielt darauf warten, bis zur PS5 endlich noch abgearbeitet zu werden. Wer übrigens vergleichen oder sich inspirieren lassen will, klickt auf die bekannte Box oben rechts. Es gibt da aber, außer jeder Menge alter und neuer unangetasteter Spiele, noch ein Problem. Und das nennt sich neudeutsch Comfort Bench. Ihr kennt das Phänomen alle. Statt eine von den zigtausend neuen Serien anzuschauen, gibt es nach ewigen Rumscrollen durch die Watchlist doch nur eine Lösung. Am Ende wird eben doch lieber zum zillionsten Mal der Klassiker aus den persönlichen Favoriten geguckt, als alles andere. Und so ist es mit Games eben manchmal auch. Nein, sorry, leider hatten wir noch keine Zeit für den neuen Battle Royale-Shooter. Schade, schade. Stattdessen stellen wir unser Profil heimlich auf Offline und fangen zum 27. Mal The Witcher 3 an. Das hat eben was Beruhigendes und Vertrautes. Und bleibt gleichzeitig immer abwechslungsreich. Und das muss man ja als Entwickler auch erstmal schaffen. Wie das wohl erstmal mit Cyberpunk 2077 wird. Guilty Pleasure ist ein Begriff mit verschwommenen Rändern. Deswegen sind wir uns bei diesem Punkt auch nicht ganz sicher, ob das jetzt noch was mit heimlichem Privatvergnügen oder eher mit unserem ganz persönlichen Charakterbaustein zu tun hat. Aber vielleicht könnt ihr uns ja da weiterhelfen. Wie würdet ihr es denn nennen, wenn jemand, also nicht unbedingt wir, aber wenn ein Freund von uns, für den wir fragen, nach jeder Session vor der Playstation erstmal den Duoshock sauber macht. Besonders die Gäste-Controller. Und wenn jemand, also wirklich nicht wir, aber zum Beispiel ein Freund von euch, wenn also jemand nach dem Durchzocken direkt wieder jeden möglichen Gigabyte freimacht und alles deinstalliert, was nicht unbedingt gebraucht wird. Wenn das In-Game-Inventar strenger verwaltet wird als der Index-Librorum-Prohibitorum oder der Sportalmanach. Aber Ordnung fühlt sich eben auch einfach gut an, oder? Gibt es was Besseres als Dinger an ihrem Platz? Ihr seid gefeiert. Zu welchen geheimen oder nicht ganz geheimen Gaming-Ticks und zwielichtigen Spielen bekennt ihr euch? Für Abos, Likes und Glocken muss ich außerdem niemand schämen. Bleibt wie ihr seid, eure Insider vergeben euch jetzt schon.